Du krieg den Asi nicht. Komm schon Centos. Da oben drinne. Hier hinten hinten hinten. Oh sauer. Ich krieg irgendwie immer hin, dass die Dinger kaputt gehen bei mir. Kann ich mit 9 spawnen? Eigentlich. Ich will mal einen mit... Raketen? Ja. Ah, mit einer anderen Farbe. Was haben wir denn noch? Wir können voll noch irgendwas looten. Auf Vorderschillen schwarz. Der Flash hat lange Weile. Ich blinder hier. Was denn? Das Ding ist voll geil. Ich feier das. Ah, da hinten ist es. Da hinten ist es eigentlich aufgetaucht. Mann. Das andere setze ich erstmal hin. Ah, Centos kann eigentlich auch so ein Ding, weil ich freue mich. Ich... 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 Was? Ja. Ah, nein! Warum sprichst du locker da drüber? Vielleicht. Wie geil. Ah, normal. Aber die Dinger waren so richtig Bock. Das Ding wäre ja natürlich. Spawnen. Ich hab die falsche. Nein, ich hab die Raketen. Ich bin diese Eisdinger eigentlich egal. Äh. Wamm. Äh. Wie soll man denn da rüberkommen? Hä? Wo wieder? Ja. Äh. Äh. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja. Ich hab's geschafft. Okay. Hast du wieder eins? Hm, gleich. Spawn. Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Ja, hab ich. Ja, mach ich so. Du musst. Du musst genau gerade rüber. Über das Ding rüber. Ah, okay. Das ist gerade so rüber. Gerade so. Das ist so gemein. Keine Muschi Muschi. Ich bin jetzt nicht abgestiegen. Idiot. Ramm ich auch noch. Guck mal, mein Zefing. Guck mal, man kann sogar so stampfen. Bei mir. Bei mir. Bei mir sprechen wir eine Verbindung dazu ein bisschen rum. Okay. Bei. Bei. Aber du bist noch... Wir sollten gleich mal aufsperren. Ja, können wir gleich machen. Nyauuu. Ja, ja. Guck jetzt noch was hier. Was es hier nicht gibt. Okay. Nyauuu. Ich find die Dinger voll geil. Auf sowas hab ich eigentlich gewartet. Sowas hätte gedacht, so kommt was am Anfang. Ich hab ja nicht gesagt, dass die Scheiße sind. Sind ja auch geil die Dinger. Da kannst du auch mal selber mitfahren. Ach, wirklich. Ach, schau. Ach, guck mal, man kommt so mal ein bisschen mit denen hoch, wenn man den Boost einsetzt. Welchen Boost? Bei mir ist das L1. Und dann kann man noch so ein Stampfer machen. Schau, guck mal hier. Guck. Aha. Geh weg mit der Panzerfaust ab. Geh weg, du Arsch. Das tut wahrscheinlich noch nicht mal kaputt. Gehst du? Das geht noch nicht mal kaputt. Nein. Ich hab noch nicht mal kaputt. Sollen wir jetzt hier erst durchgehen, oder? Komm, wir gehen hier durch. Ey, mach mein Auto nicht kaputt. Mach ich nicht. Hallo, banners. Hallo? Ist jemand da? Nein, ich nicht. Oh. Aber hier landen wir beim nächsten Mal. Hier ist es schon wieder gesaved. Oh, ich sehe da etwas ganz fettes. Gepanzerte Outlaw. Boah. Sind das böse Männer? Ja, das sind böse Männer. Da kommt man ja gar nicht mit rein. Toll. Nee. Deswegen wollte ich erst hier zu Fuß durch. Geh ne. Boah. Die fliegt einmal so ein Stückweise nach vorne. Das ist grad so ein bisschen nervig. Da ist Pister da oben. Ja. Da hat noch einer. Hab ich ja gesagt. Hab dir nicht geholfen, weil ich keine Lust hatte. Haha. Hab ich keine Lust hatte. Vor allem, ich hab dir nicht geholfen, weil ich keine Lust hatte. Aber guck ich ihn geholfen. Oh, Mondstein, ey. Ah, einfrieren. Ach, wenn du den Helm abschließt, dann kriegen die immer noch zusätzlichen Schaden. Ja. Jetzt ist das genau. Alter, die fliegenden Dinger gehen mir voll auf den Keks. Na, komm her. Wow. Wow. Abgrund, 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 Abgrund. Ja, das ist ja gar nicht zu schwenken. Geh weg, tschüss. Komm her. Und. So. Tschüss. Ja. Muss die Waffe nochmal. Aua. Aua, schreit nur. Geronimo. Ach, da hinten. Komm ich gar nicht hin. Doch so, komm ich da hin. Boah, jetzt gibt's nen fetter Stampfer von oben. Ich kenne, wo die mehr das sind. Weiß ich nicht. Ich nehme ja nicht immer nur eine Waffe. Oh, ich scherb gleich. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Trotzdem. Oho, geh weg von mir. Ja, geh weg von mir. Ich bin so weit weg von mir, wie es so geht. Aber. Naja. Sag nichts dazu. Oho. Das. Das. Geh mir echt ein bisschen auf den Sack. Oho. Na, steht's denn? Na, ich versuch gerade. Oho. Ah, jetzt nicht hinterm Stein, bitte nicht. Komm her. Oho. Ist mir gar nicht leicht. Nein. Kakerlack. Kakerlack? Kakerlack. Kakerlack, ey. Ah, komm. Lass uns das beim nächsten Mal weitermachen. Beim nächsten Mal möchtest du weitermachen? Gerne. Na. Wie gesagt. Die Verbindung ist so. Mit einmal, zack, bin ich ganz woanders. Lass mich. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, das ist ja kein Problem. Der nervt, der wird halt im Maul. Ja, gut. Oh, warte, der nervt. Töten wir den noch, dann können wir beenden. Oh, Spielkind. Der macht ernsthaft mein Fahrzeug kaputt. Und? Was denn Mist? Das passiert aber grad nix. Ich feuer grad noch auf dem Bett ist. Ja, mach mal. Ja. Sollen wir hier beenden, Centus? Ja, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei. Borderlands! Du Pussiegel! Tschöööö Tschööö